Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Anlösung für Mittwoch, den 15.05.2024. Und unser DAX hat hier soweit alles zattelig gemacht, könnte also zum Mittwoch jetzt dann auch mal richtig starten. Das Brett ist hier gewachsen, die Wellen werden auch langsam größer im Gegensatz zum Bild von gestern. Und wir haben die Flagge gebrochen, ja, wir haben uns gestern darüber unterhalten, dass übergeordnet die Bewegung oder untergeordnet mir die Bewegung hier zu sehr nach einer bullischen Flagge riecht. Wir hatten gesagt, dass er nochmal so einen Stich nach unten, das wäre erlaubt zum Dienstag, um da in die 67 noch reinzustechen, äh, um die 670 reinzustechen. Wenn er das soweit ruhig macht, dann eben nur reinsticht und nicht dynamisch wegbricht und anschließend die Flagge nach oben auflöst, hatte ich gesagt, würde ich dann eben eine 900 oder eine 800 und auch 900 anpeilen. Und das ist jetzt eingetreten, ja. Also er hat definitiv nicht, ähm, hier Dynamik auf den Tisch gebracht, er hat sich nicht nach unten verschluckt, er hat sich hier nicht unten drunter etabliert bekommen, das war wirklich bloß einen ganz kurzen Stich nach drunter, um ein paar Stops abzuholen. Und das, das würde ich eher als Bereinigung werten. Jetzt kommt die große Frage, hat er die Woche Kraft, das fortzusetzen, was er letzte Woche angefangen hat? Oder geht denn die Range-Woche? Und das wird man in dem Bereich hier um 77 bis 800, wird man das merken, ja. Also entweder knallt er den Mittwoch da oben da rein, dreht sich direkt wieder runter, geht bis 700, macht den Pullback auf die Abwärtstrendkante, zuckelt dann wieder hoch und startet sich hier irgendwie zwischen 700 und 800 ein. Das würde für eine Range-Woche sprechen. Oder er steigt jetzt oben raus, macht Aufwärts-Gab, lässt das Aufwärts-Gab offen. Ja, sowas würde jetzt alles da gut reinpassen, um hier in die Trendfortsetzung zu gehen. Und dann bleibe ich dabei, nächsten Ziele oben, Bereiche um 900, 920, und dann kann er auch bis 19.000 dann schon ansteigen, ja. Jetzt noch nicht zwangsweise zum Mittwoch, würde ich nicht mitrechnen, würde ich schon eher denken, dass hier auf die 900 drauf hinausläuft. Und der Knackpunkt wird jetzt hier das obere Band, ja. Also entweder Range oder nicht, das wird sich jetzt hier entscheiden. Und dreht es sich runter, wie gesagt, ist die 700 eine schöne Anlaufstelle. Und alles unter 6,70 würde ich dann eher kritisch werten. Wenn er sich jetzt hier komplett nach unten verhaspelt, dann würde er uns wahrscheinlich noch relativ langsam auch auf die 5,60, 5,30 Runde abkippen, ja. Also unter 6,70 würde ich ihn da am Mittwoch dann nicht sehen. Das wäre mir dann zu schwach. Er würde nicht auf das Erwartungsbild einer gebrochenen Bullischen Flagge sprechen. Und die Bullische Flagge ist gebrochen. Also die ist wirklich auch penetrant offensichtlich, ganz sauber durch. Also das ist ja schon fast wie ein Sehrbuch gemalt, wie er das jetzt hier gemacht hat. Und er ist ein Flaggenbruch, ja. Also tendenziell spricht hier nichts gegen eine Trendfortsetzung. Rein technisch betrachtet spricht überhaupt nichts gegen eine Trendfortsetzung. Überhaupt nichts. Tageschart auch grün aufgedreht, hat man ja gestern auch drüber gesprochen, dass sich so eine Kerze auch eignet wird, um nach unten mal was anzustiften. Hat aber auch gesagt, dass ich das nicht machen würde, weil einfach die unergeordnete Struktur noch zu sehr nach bullischer Flagge riecht. Ich weiß, ihr wollt es immer nicht hören, ihr wollt immer hören. Weil jetzt fällt der Markt, jetzt bricht der Markt zusammen. Aber solange er so eine Strukturen hat, fällt er dann eben auch meistens nicht richtig. Ja, und dann hat man so eine Soße hier drin und dann ärgert man sich, wenn man short gegangen ist. Dann, warum soll ich euch dann das sagen halt, ne? Ich verstehe da manchmal die Leute dann auch nicht, ja. Die sitzen dann so nach einer roten Tageskerze da und schimpfen auf mich, dass ich die ganze Zeit von Long rede. Statt einfach die Longs mitzuhandeln und dann hier 1500 Punkte irgendwo in dem Long mitzuschwimmen und dann drauf zu scheißen, was mit der einen roten Tageskerze ist. Ne, dann wird das so gewettert, wie, ja, du bist immer nur Long. Ja, weiß ich nicht. Tut euch doch keinen Gefallen. Man muss auf beiden Seiten offen sein. Ja, das nützt nichts. Egal, was man will. Egal, ob es einem gefällt oder nicht. Punkte kann man hoch wie runter zu verdienen. Da muss man wirklich zur Schlampe werden halt. Ne, das muss einem egal sein. Dann oben, unten, rechts, links, das, was der Markt vorgibt, das wird genommen. Und, äh, was wir wollen, haben wollen, natürlich hätte ich den DAX am liebsten bei 4440 Punkten. Aber, ja, sind nicht bei Wünsch dir was, ne? Und müssen, und wenn man dann seine Erwartungshaltung nur uptradet, dann kommt der auch noch ein Möhre. Ne, das Beste ist, gucken, was macht der mitgehen, das Handeln, was man sieht. Und dann, dann wird dann Schuh draus. Muss man aber auch machen, ja. Ah, gehört ein bisschen Überwindung dazu, aber das kriegt man hin. Jut, Freunde. Ich mache jetzt zu, wünsche euch viel Erfolg am Mittwoch. Kurz gelingen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.